da 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 Moin Leute was geht mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5 mit YouTube Gamescom und mit Milch oh Gott wo bin ich hier gelandet heute zeige ich euch wieder einen Glitch, natürlich ist der Playstation 3 erprobt und vielleicht kennt ihr diesen Glitch es ist ein sehr cooler Glitch auf jeden Fall und er macht richtig viel Freude und ist auch nicht besonders schwer und den zeige ich euch heute mal er befindet sich hier so ich weiß natürlich nicht, ob das auch auf der Xbox 360 funktioniert aber ich denke er befindet sich in den Höhen von Hollywood hier, da wo die Reichen und Schönen wohnen und da haben wir so ein schönes Apartment hier hier können wir jetzt reingehen und ein Glitch ist einfach so ein Fehler das heißt hier wurde nicht richtig gearbeitet von den Spieleentwicklern die das eigentlich so zupflastern sollen dass da eine virtuelle Barriere entsteht und hier wurde das einfach sozusagen vergessen der Milch hatte gemeint, er war im Wasser oh Gott und er hat recht ich meine, sowas ist schon cool sowas da kann man auf jeden Fall schon richtig damit angeben, wenn man sowas hat weil ich meine, dieser Glitch hat es wirklich in sich und jetzt fallen wir hier und bewegen uns so Gott und hier oben sind wir wieder Apartment 2140 hoffentlich hat es euch gefallen wie in die Hose gemacht auf jeden Fall war das der Glitch und jetzt gucken wir mal ob das auch mit dem Auto funktioniert so, Achtung so, Vorsicht also mit dem Auto funktioniert dieser Glitch nicht da macht ihr eigentlich nur ein paar Fußspuren rein aber sonst ist das richtig cool viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal euer YouTube Gamescom auf der Blaze Station 3 je ciao und Vielen Dank.